Ich will doch nur den Akt abschließen, bitte! Tu mir den gefallen, Spiel! Mannios! Däh, däh, däh! Ja, der hat mich einfach verprügelt mit seinem Golfschläger. Anlocken So, achso, Waffe Warten, warten Ja Kann ich jetzt hier durch? Dankeschön! Okay, ein Schuss noch Ah, das ist ein Hund Geh mal zur Seite Aber nicht schlecht, die Musik, wie gesagt, also Den Soundtrack zum Spiel kann man sich übrigens auch käuflich erwerben Kann ich dann auch wirklich nur empfehlen, also Bei dem Spiel hatte ich aber auch mit nichts anderem gerechnet Denn schon heute an Miami 1 hatte schon Großartige Titel Die hier einfach, wie gesagt, die Atmosphäre unterstreichen Okay, jetzt muss ich aber Überlegen Wie ich jetzt vorgehe Hm Vielleicht den hier erstmal erschießen Ich bin ja Ich bin ja eigentlich kein gewalttätiger Mensch, aber 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 eigentlich schon Ja Boah, diese einzelnen Ebenen Die dauern auch so lange Also Akt 3 War bisher schon echt schwierig Achso, ja Hallo Okay, der hat mich mal wieder erwischt Äh, das heißt Ich werde Hier mal Ich versuche hier mehr zu reden, aber Hallo Ja Das, das war mein Plan Einmal Hallo sagen und erschossen werden Was ein Erlebnis Na, Freundchen Oh Natürlich Okay Beide erledigt Und ich bin erledigt Okay Hier lang Ja Ja Ah, wird in den Raum verlassen Ach, natürlich Die Tür hat ihn geschützt Ah, okay Nochmal wisch Okay Okay Das ist uns niemand Nur noch Er war übrig Okay Okay Aua Mal sehen Wie lange wir noch brauchen Okay Sehr schön Geh weg Na toll Kommt der nochmal hierher Oder Ja Die ist ja eine Schuss Bitteschön Die Herren Okay Okay Uh Schön Zwei Schüsse Sechs Schüsse Erwischt Ja Gott sei Ja Moment Das ist suboptimal Jetzt Jetzt So gehört sich das Moment mal Die hatte noch zwei Schüsse Die hat noch zwölf Also zwei Schüsse Schuhpatronen Versteht sich Das war knapp Okay Die dürften mich jetzt hier Nicht mehr abknallen können Hier ist noch ein Hund Okay So Jetzt brauche ich aber eine andere Waffe Ja Ja Okay Langsam Langsam Räumen wir hier auf Ja Ich bin hier ganz vorsichtig Weil ich nicht weiß Wie viele hier unten sind Okay Okay Der haut wieder ab Geh mal kurz hier rein Ja Der wartet jetzt da hinten Okay Also ich sehe in dem Raum hier noch zwei Stück Und die könnten mit etwas Glück Und die könnten mit etwas Glück auch die letzten sein Okay Okay Also echt diese Musik Ich glaube einen habe ich echt erwischt Ja Der Typ hier ist aber echt ein Mistkerl Danke Dankeschön Ich glaube ich bin hier fertig Wie geht's euch Jungs Ich schau mal in die nächste Etage Wir sehen uns auf dem Dach Ja Müssen wir doch ihn hier steuern Ah er war mit den Fäusten Ne Ja Okay Hm Der will nicht hier reinkommen Okay Genau Er kann mit den Fäusten töten Ja Okay Schusswaffen gibt es auch noch Yay Ja Ja Schießt ja auch noch auf mich Der Dreckskerl Ja können wir die denn irgendwie töten Müssen wir ja irgendwie Okay Aber hier gibt es schon mal Deutlich weniger Schusswaffen Ah ja Schön Ja Viel besser Viel besser Ja Das war klar Das war klar Dass er jetzt mit der Schusswaffe ankommt Äh Ja Das ist gerade Nein Ungünstig Ja Genau deswegen Okay Aber prinzipiell gefällt mir das Dass wir hier ohne Waffe Durchkommen müssen Es gibt nämlich keine andere Möglichkeit Ah Der hat auch noch eine Waffe Ja Ja Hier lang Hat er nicht gemerkt Der hat eine Schuss Ne Der hat keine Schusswaffe Aber der hat eine Schusswaffe Ja Okay 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 Achso Nein 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 Noch nicht Nein Ja Zu viele Zu viele Okay Was machen wir jetzt Also Also am Anfang Am Anfang haben wir noch Naja Die Level wesentlich schneller abgeschlossen Aber Das ist ja auch klar Ah, ja, Mensch Okay Hm, da unten Hier lang, hier lang, hier lang Hier lang Ja, ich hätte noch warten müssen Die Störung macht mich ganz kirre Okay Hauptsache die Musik passt, dann ist ja alles klar Ja, so, Dankeschön Da haben wir noch einen Der hat mich natürlich erwischt, alles klar Achso Ich wollte auch nicht den, sondern den Großen Den Schoko-Daddy Ist bestimmt rassistisch, aber egal So Nein, nein, nein Wie mich immer dieser kleine Mistcamp in seinem Golfschläger erwischt Aber nicht heute So Okay Ich geh mal in diese Richtung, aber ich weiß, dass hier auf jeden Fall Ein Schütze ist weiter unten Ja, da ist ein Schütze Da ist ein Schütze Da ist ein Schütze Okay Okay, ich muss Ich muss den rauslocken Sonst wird das nichts Ja, nein Jetzt Das war sehr knapp Das sind immer noch zwei von dem Das ist immer noch ein Schütze Ich komm hier nicht vorbei, solange der hier ist Aha Okay, jetzt kommt der zumindest Ja, hätte ich mir nur Nicht ihn geholt Oh, langsam werde ich echt gewalttätig Also so ganz langsam Okay So Ach, natürlich Der Golfschläger Der Klassiker Ja Ich seh nicht mal wirklich viel Ich Ich klopp hier nur alle zusammen Das Problem ist, jetzt hab ich hier zwei von denen So Aha Wo sind die hier hin? Okay Komm schon Komm schon Komm schon Ja Ah, da ist auch noch einer Okay Alles Klärchen Aber ich glaube ich kann die hier alle einzeln anlocken Das könnte Das könnte sogar funktionieren Ja Es sind wirklich nicht mehr viele Oh, der wird jetzt aber wieder Ah, er geht zur Seite Okay Genau deswegen Genau deswegen Weil ich wusste, dass gleich einer ankommt Hallo Oh, der ist noch einer und der hier Aber ich will hier nicht vorbeirennen Genau deswegen Verdammte Axt Langsam Aber sicher bin ich fertig Nein Nein Hm Mir fällt gerade auf, dass ich auch die Maustaste gedrückt halten kann Yay Training So Okay Wie sieht's aus? Da ist noch einer mit der Waffe Moment Ich loge erstmal den hier an Eins nach dem anderen Wir haben es ja eben schon fast geschafft Ah, der andere hat mich gesehen Okay Auch gut So Du kriegst eine Trachtprügel So Der kriegt eine Trachtprügel Oh, er hat mich gesehen Sehr gut Perfekt Falls der jetzt nicht noch den Raum hier betritt Oh, der letzte hat mich erschossen, natürlich Der letzte Ah, ich lebe noch Oh, ich lebe ja noch Welch glückliche Umstände Na, jetzt hab ich die beiden hier auf einem Haufen Bäh Das hat der mich echt Getötet Das gefällt mir aber nicht so Das war jetzt echt der letzte, der mich abgeknallt hat So Der, der allerletzte Abschaum Komm her Junge, Junge, Junge Ja, ja, ja Jetzt Ich erwisch die nie So Da hinten dürfte jetzt noch einer sein Mit einer Waffe Und Äh Ja, nur noch mit der Waffe Okay Hallo Der, der hat mich nicht beachtet Okay, Freundchen Jetzt Guck, guck Guck, guck Guck, guck Erwischt So, der hat mich jetzt auch gesehen Erwischt Das war mein Fehler Ehrlich gesagt Ganz nonchalant Da Zum Teufel Ja, natürlich Oh Gott Oh Gott So Das waren die beiden Kann, kann, darf ich da rein? Danke Okay Okay Okay, nur noch der Schütze da hinten Ja Sehr schön Dann haben wir den schon mal Vorweg Erledigt So Und jetzt wieder Eine nach dem anderen anlocken Und hoffen, dass es gut geht Wow Das war ja schon eng Ja Meine Güte Der hat mich nicht gesehen Ich sehe aber nur noch einen Schützen Ich sehe nur noch einen Schützen Der mich erschossen hat Der letzte Schütze Trifft ins Schwarze Oder ins Weiße Okay, die laufen hier alle amok Ja, ja Stop mit dir Okay Ja Okay Okay So Hier haben wir noch zwei Schützen Da sehe ich keinen mehr Und hier haben wir noch einen Also Den hier erstmal anlocken Mhm Dann Ja Den hier anlocken Dankeschön Das war schon wieder irgendwie knapp Oh Oh, da ist noch einer Bäh Nicht eingehen Nicht eingehen Wie mache ich denn das jetzt mit denen? Ja Ja, hallo Ja, hallo Ah, das ist mir zu riskant Ja Ja, 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 ja Der hat mich hier natürlich noch erwischt Weil ganz am Ende nochmal Die Typen hier sein mussten So Fehlt da nicht noch ein Schoko, Diddy? Hier Hallo Ja Hallo Ich gebe langsam die Hoffnung auf Aber ich darf ja noch nicht resignieren So Hier runter Hier entlang Kombo Was? Kombo Fortgeschrittene Aha Okay Habe ich gerade Das war knapp Habe ich gerade zumindest freigeschaltet Okay Ja Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao